Und wie bekommt man die? Ist das die hier? Machine Gun. Okay. Und einen Rocket Launcher. Ziele? Kann nur so? Okay. Ah, ein Helikopter ist hier. Wir nehmen aber eine andere. Sniper Assault Rifle. Das ist die ganz normale M4. Die ist aber gut. Ja, toll. Ja, was ist jetzt los? Ich verstehe die Stellung nicht. So. Jetzt wieder starten mit Shift. Und senken. Nein. Oh. Ja, toll. Okay. Egal. Oh. Wieso ist die Leertaste genau das Ausstellen? Als ob man das bräuchte. Okay. Die Stellung will nicht so, wie ich will. Schluchz, jüttl die Heil. Ich will mal was machen. Etwas cooles machen. So. Ja, toll. Geh weg. So. Und. Nein. Wasche. Oh. Oh. Die arme Stade. Okay. Okay. So. Was können wir noch machen? So. Ja. So. 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 Das ist geil. Das ist richtig geil. Oh mein Gott. Was ist denn das? Was? Ich kann irgendwie sehen, wo der ist. Ah ja, die Map gibt es gar nicht. Schade, schade. Okay, gehen wir zum nächsten Ort. Ich will mal so ein bisschen in die Wüste. Oder in die Berge. Mal überlegen. Ich will hier hoch. Wo geht es hier? Ah, wieso ist hier eine Mauer? Und wieso kann ich dieses Auto nicht steuern? Oh, das ist ja mega schreck. Entweder geht es langsam oder es geht schnell. Irgendwie ist eine riesen Kugel in der Mitte, wo dann so immer die ganze Zeit nach links und rechts schwingt, rollt. Und dadurch das Auto plötzlich dann mal in eine Seite reist. Oder gar nicht. Das ist extrem eklig. Wir sind extrem schnell unterwegs. Oh, wir haben geschliffen. Das ist schon komisch. Ich hau von dem ab. Und der fragt, ob ich freundlich bin. Ich kenne die Stadt nicht. Ich weiß nicht, wo man ausfahren muss. Ich kenne die Stadt nicht. Ich kann nichts machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich kann gar nichts mehr machen. Oh, der schlittert. Ich denke, die sind am besten zu steuern. Das sind 4x4. Dann würde ich so einen nehmen. Gut. Ja. Der ist viel leichter zu steuern. Aber es ist leider viel langsamer. Bei der Beschleunigung. Und der schlittert. Ist doch kein 4x4. Ist doch hier so ein M3 oder so. Da ist wieder dieses Auto. Das nehmen wir nicht. Genau. Beschleunigt du erstmal ganz schnell. Damit ich ja nicht... Frebs will einfach nicht anständig aufnehmen. Ja genau. Wir nehmen den da. Der ist extrem schnell. Äh. Lol. Der hat eine gute Beschleunigung. Hehehe. Der ist aufgepimpt. Ja. Der hat eine gute Störung. Das ist gut. So. Ist eine alte Störung. Aber leider ist sehr sehr langsam. Mit maximal Geschwindigkeit. Lol. Wir sind wieder hier. Mit dieser blöde Störung. Mit dieser blöde Störung. Ehe. Und das ist eine gute Idee. Mit dieser blöde Störung. Die blöde Störung. Die blöde Störung. Ha! Okay. Ach komm schon. Etwas verstehe ich auch nicht. Wieso müssen die Entwickler strikt eine neue Steuerung einbauen, wenn sie genau wissen, dass andere Konkurrenzspiele so steuerbar sind. Ist doch viel einfacher für die Spieler. Aber nein, man muss natürlich Lizenzen und so anhalten. Ah ja, klar. Man muss immer eine neue Steuerung sein. Man darf nie eine anständige Steuerung haben. Ist kacke. Ich glaube, hier kommen wir nie mehr von der Stadt raus. Dieser Stadtdschungel ist gigantisch. Ja toll, schon wieder ein Feuerwehr. Doch es hat... Es hat ja eins, aber wie kann man das bedienen? Ich will doch. Loll, was ist denn das für ein Parking? Okay. So, ich bin mal auf einem anderen Server, wo man kaufen muss und so. Mal schauen, was man so kaufen kann. Vielleicht macht es auch mehr Spass. Slash tpdisch. Wieso das? Slash tpdisch. Ja, und was ist das jetzt hier? Was ist das genau? Irgendwie Satelliten. Scheibenbar irgendwie etwas von der Story. Ich muss mal die Story machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir schauen das mal von oben an. Hallo? Okay. Irgendwie geht das nicht. Hm. Muss man da noch Flug... äh äh Zeugs... Also Helikopterprüfung machen oder was? Komisch so. Okay, gehen wir mal hier raus. Da kann man auch nicht stehen, oder? Starten. Doch, hier kann man starten. Ja, also. Was sind da für ein Bucky Helikopter gewesen? Ja, ich kann nicht mit dem... Komm schon, zeig's doch. Wow. Er exportiert nicht. Okay, egal. Ich will die Munzi ja nicht vergöten. Ich will jetzt nur hier raus und irgendwo an... Irgendwas. Ähm, wieviel haben wir? Besteht das irgendwo? 500. So. Ja, toll, hier wär schon ein... Warn gewesen. Also mit dem Helikopter kann ich nicht fliegen. Das ist viel zu langsam. Gehen wir hier herunter. Ups. Hallo? Hallo? Wieviel? Ja, hier sehr gut. Wieviel.